Du hast Schmerzen beim Atmen. Ich bin relativ verbracht und ich erkläre dir, wie die meistens zustande kommen und was du dagegen tun kannst mit einer ganz einfachen Drucktechnik. Hier ist das Zwerchfell, hier drin. Und wenn das Zwerchfell verspannt ist, dann führt es zu allen möglichen Beschwerden beim Atmen. Was müssen wir machen? Wir müssen das Zwerchfell entspannen. Das heißt, du gehst hier und hier an zwei Punkte, genau hier zwischen dem Schwertfortsatz und dem Rippenbogen, einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Fühl mal, wie das bei dir sich anfühlt. Dann merkst du, oh, meistens sehr empfindlich. Dann nimmst du unseren Drücker oder einen Korken, einer Weinflasche, der entsprechend geschnitzt ist und gehst ganz vorsichtig genau in diese Ecke hinein, einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Und du löst den Schmerz aus, wartest, bis er weniger wird. Dann drückst du noch ein bisschen mehr, wird wieder weniger, drückst noch ein bisschen mehr. Und so wie es weniger weh tut beim Drücken, so entspannt sich das Zwerchfell und hinterher atmest du und merkst, oh, geht ja viel besser.